Das ist Alex. Er ist 13 Jahre alt und er spielt gern Computerspieler. Das ist Fritz. Er ist 31 Jahre alt und sein Beruf ist Polizist. Das ist Lizzie. Sie ist 24 Jahre alt und noch arbeitslos. Sie erwartet das zweite Kind. Hallo Sohn, was machst du da? Hi Dad. Ach nichts, ich bin nur auf Jappi. Achso, na dann. Ciao. Ciao. Oh mein Gott, an so vielen Gewinnspielen habe ich gar nicht teilgenommen. Ich gehe Fernsehen gucken. Ich gehe mal nach Post gucken. Oh, da ist ja ein Brief drin. Oh mein Gott, schaut euch einmal den Brief an. Das ist sicher nur ein Witz. Ja, ist sicher nur ein Witz. Ich schmeiß ihn mal weg. Oh, es klingelt an der Tür. Ich gehe mal ran. Hallo, im Kassebüro Hamburg. Sie haben an Gewinnspielen teilgenommen und die Preise nicht bezahlt. Ich habe aber nicht an Gewinnspielen teilgenommen. Jetzt bin ich aber dran. Sind Sie nicht Fritz Kräuterquark? Ja, der bin ich. Sie waren doch vor ein paar Tagen im Internet, oder? Nein, mein Sohn geht nur ins Internet. Alex, hast du etwa an Gewinnspielen teilgenommen? Ja, es ist wahr. Ich habe bei Gewinnspielen teilgenommen. Die Geschenke sind in meinem Zimmer. Herr Beamter, können Sie die Preise wieder mitnehmen? Das kann ich. Oh mein Gott, so viele Geschenke. Au. Aua. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018